Hallo, mein Name ist Anjana Fiedrich und ich freue mich sehr, mich heute bei Ihnen als die Produktmanagerin des PersoLoop Zeitmanagement Modells vorstellen zu dürfen. Wir haben in den letzten Monaten viel Fleiß und viel Mühe hineingesteckt, um das PersoLoop Zeitmanagement Modell komplett zu überarbeiten und wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen ein wirklich optimiertes Modell zur Verfügung stellen dürfen. Die neue Version des PersoLoop Zeitmanagement Modells basiert verstärkt auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und zusätzlich bieten wir Ihnen eine Reihe an Produkten, die Sie einsetzen können, um Ihre Trainings noch wirksamer zu machen. Zusätzlich haben wir natürlich das Zeitmanagement Profil auch gestalterisch überarbeitet. Sie alle kennen noch die alte Version. Dann dürfen wir Ihnen das neue Zeitmanagement Profil vorstellen. Bevor wir hier in die Details gehen und ich Ihnen genau beschreibe, was wir alles abgeändert und optimiert haben, möchte ich Sie herzlich einladen zu einem der Updates-Seminare zu uns nach Remmingen oder auch in Hamburg zu kommen. Alle Termine finden Sie auf unserer Website und dann freue ich mich, Sie persönlich kennenzulernen, Ihnen all die Informationen mitzugeben, Sie mit den ganzen Produkten und Hilfsmitteln auszustatten und dann hoffe, dass Sie auch in Zukunft viel Freude mit den Produkten des PersoLoop Zeitmanagement Modells haben.